Hallo und herzlich willkommen. Es folgt die Lösung einer Aufgabe zum Thema Handelskalkulation. Wir machen das hier für den Unternehmer Möbli Lux GmbH und sollen für das Produkt Wildest Dream hier den Listenverkaufspreis ermitteln. Und dazu sind uns eben die Kalkulationsdaten in Form einer Tabelle gegeben. Und wir lösen diese Aufgabe wie immer mit unserem Kalkulationsschema, das ihr hier kennt, und beginnen oben mit dem Listen-Einkaufspreis. Ich habe die Tabelle mit den Kalkulationsdaten hier schon mal rüber geholt. Und wir beginnen damit, dass wir den Listen-Einkaufspreis des Verkäufers, des Lieferers, hier oben einsetzen. Also Listen-Einkaufspreis 14 Euro. Damit möchten wir beginnen. Dann dürfen wir einen Liefererrabatt abziehen. Den müssen wir zunächst berechnen vom Listen-Einkaufspreis. Er beträgt 4% und wir rechnen 4% von 14 Euro. Dann ermitteln wir den Ziel-Verkaufspreis. Dieser ergibt sich, wenn wir rechnen, Listen-Einkaufspreis minus Liefererrabatt. Das ergibt den Ziel-Einkaufspreis. Dann gehen wir hier auch davon aus, dass wir pünktlich zahlen und können somit den Liefererskonto abziehen. Wir haben 2%igen Liefererskonto und wir rechnen 2% von 13,44 Euro und tragen das hier ein. Im nächsten Schritt können wir dann den Bar-Einkaufspreis berechnen. Da rechnen wir zu Ziel-Einkaufspreis minus Liefererskonto gleich Bar-Einkaufspreis. Dann kommen die Bezugskosten. Bezugskosten sind sämtliche Kosten, die aufgewendet werden müssen, dass eben die Handelsware bei uns im Unternehmen dann ankommt. Das sind einerseits Transportkosten, Verpackungskosten, Zoll, Fracht, alles was dazugehört eben. Und das sind dann hier einmal in dem Fall die Transportkosten und natürlich auch die Transportversicherung. Die dürfen wir hier nicht vergessen. Das sind dann in Summe 1,20 plus 50 in Summe 1,70 Euro. Das tragen wir hier ein. Und wir addieren den Bar-Einkaufspreis und die Bezugskosten, also diese beiden Werte und bekommen so den Bezugspreis in Höhe von 14,87 Euro. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass eben der Bezugspreis auch Einstandspreis heißt. Jetzt schreibe ich euch mal dazu, denn einige Lehrerinnen und Lehrer sagen lieber Einstandspreis statt Bezugspreis. Beides vollkommen das Gleiche. Dann berechnen wir den Handlungskostenzuschlag. Dazu brauchen wir den Handlungskostenzuschlagsatz. Der ist laut Tabelle 20%. Wir berechnen 20% vom Bezugspreis und können im nächsten Schritt die Selbstkosten ermitteln. Diese sind die Summe aus Bezugspreis und Handlungskostenzuschlag. Dann wollen wir den Gewinnzuschlag berechnen. Dazu benötigen wir den Gewinnzuschlagsatz. Dieser ist 10% und wir rechnen 10% von den Selbstkosten. Dann berechnen wir den Bar-Verkaufspreis. Dieser ist die Summe aus Selbstkosten und Gewinnzuschlag. Wir rechnen also 17,84 Euro plus 1,78 Euro. Im nächsten Schritt müssen wir achtsam sein, denn wir können jetzt nicht den Bar-Verkaufspreis als 100% betrachten, denn wir müssen von dieser Stelle an im 100% rechnen, denn wir rechnen aus Kundensicht von unten. Das heißt, wir wollen, dass hier unten ein Betrag reinkommt, dass der Kunde quasi diesen als 100% ansieht. Also haben wir hier einen sogenannten verminderten Grundwert. Und wir müssen uns fragen, für wie viel Prozent steht denn der Bar-Verkaufspreis? Das berechnen wir folgendermaßen. Wir rechnen 100% minus Prozentsatz, für den der Kundenskonto steht. Also 100% minus Prozentsatz, für den der Kundenskonto steht. Und der Kundenskonto steht für 3%. Also rechnen wir 100 minus 3 gleich 97. So, dass der Bar-Verkaufspreis 97% repräsentiert. Jetzt können wir den Bar-Verkaufspreis hier in den Taschenrechner geben und wissen, dass er 97% beträgt. Wenn wir jetzt durch 97 teilen, kriegen wir 1%. Das sind so 20 Cent, wie wir hier sehen können. Und dieser Zwischenrat ist wichtig, denn mit diesem 1% können wir jetzt berechnen, wie viel 3% sind. Und damit haben wir unser Kundenskonto. Wir rechnen also dieses 1% mal 3 und bekommen so 3%. 3% sind also 61 Cent. Und das tragen wir hier unten auch ein. Dann ermitteln wir den Ziel-Verkaufspreis, indem wir die Summe bilden aus Bar-Verkaufspreis und Kundenskonto. Und müssen im nächsten Schritt wieder im 100 rechnen. Also 20,23 Euro. Der Ziel-Verkaufspreis sind nicht 100%. Sondern ich bekomme den richtigen Prozentsatz, indem ich rechne 100% minus denjenigen Prozentsatz, für den der Kundenrabatt steht. Und der Kundenrabatt steht für 7%. Also rechne ich 100% minus 7% gleich 93%. Der Ziel-Verkaufspreis ist also 93%. Und wenn ich das weiß, kann ich Ihnen einen Taschenrechner geben und durch 93 teilen und bekomme auf diese Weise 1%. Wenn ich 1% habe, dann kriege ich auch den Kundenrabatt aus. Denn der ist ja 7%. Also das mal 7% und dann habe ich 7%. Das ist der Kundenrabatt. Und im letzten Schritt muss ich nur noch den Ziel-Verkaufspreis und den Kundenrabatt addieren und bekomme so den Listen-Verkaufspreis. Dieser beträgt 21,75 Euro. Damit sind wir mit der Aufgabe fertig, denke ich. Ja, sieht ganz gut aus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, bitte vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren. Bis zur nächsten Aufgabe. Macht's gut.